hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von Genshin Impact ja in der letzten episode sind wir halt da in den Tempel der vier Wände ja vier Wände reingegangen und ja jetzt wollen wir mal gucken was uns hier ist ja ich hatte das was uns hier als nächstes erwartet hat man wohl hier nicht ach was der versteckt sich da drin okay da ist plötzlich okay hier ist nicht so einfach auf Samen und irgendwas aussichtspunkt ja so ein schönes Bild in Landschaft das kann man sich öfters angucken ach hier ist noch ein Spur das kann man also nicht so einfach auf Samen oder gibt es dafür später noch ein ich sag jetzt mal scale für was war hier nicht nur noch eine Truhe oder war das jetzt die ja egal ich glaube ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter mal gucken wo in mich das führt das sieht echt schön aus ich werde da einmal diese Leporte aktivieren hört da hier quasi noch gar nicht an okay verlorene animoculus okay so 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 offen steht hier die Welt wenn Edelmut dein Herz erhält okay also vor allem neues Gebiet erkundet freigeschaltet so 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 wie das dann ist, wenn man mit anderen spielt. Oops, no. Ja, da 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 da! Eigentlich hätte ich auch schon, wenn ich das hier jetzt so spiele, wieder auf ein richtiges MMORPG. Was ist denn gerade los? Auf ein richtiges MMORPG. Aber leider gibt es heute heutzutage nichts mehr. Ja, kein gutes mehr. Und genau die, die man halt von früher noch kennt. Ja, gern gern. Die kann man jetzt halt auch nicht. Hm, ok. Mit Feil muss man da so... Na schade. Okay okay. Kucca eineブaufte n Reports, es nur ein Pflicht. Danke. , was habestruct了? année Wohin willst du jetzt? Lauf doch nicht weg. Ja. 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 Das ist jetzt noch eng etwas. Ja, da weitere Feindung und hier weiter Bairn. Hallo. Darf ich mich mal stören? Das habe ich nur gerne. Eingestellt sich. Ich werde nur die Farben. Ist hier noch was? Äpfel. Okay. Segen der 7. Weil man schlägt vor, dass du zu einer Statue 7 gehen würdest. Ja, später. Ja, später. Oh, animatilreaktion verwirbelung. Ja, später. Ja, später. Wie ist das zu zu? Ich habe meine Eis. Ich habe einen Schöpfer Pyrrhon und Pyrrhon eingreifen. Ich denke mal, ich soll da oben hin. Wie war es pronto? Ich glaube, ich gehe da oben jetzt mal ran. Bye. Hallo. Oops, she's so hoch. Hm? So, hallo. Okay. So, ich habe noch viel Schaden. Ich habe noch viel Kraft, was das ist. Okay. Davon bekommen wir noch nicht Schaden. Okay. Wollen wir aber, was das ist? Okay, irgendwas bringt, was... Oh, er hat zur Hälfte tot. Da ist noch was. Ich wollte gerade sagen, Vogel sei nicht so verwirrt und fliege die ganze Zeit gegen die Felsen. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ich bin da drüge. Kannst du das? Etwas muss in den Tempel bei der Beste. Ich denke, dass es schaden, Schadenungen wird, oder wie diese Schadenung 안에 mehr Strom schaden. Oh ja. Es wird auch sehr leid sein. Oh, du bist der Wunderschön, nicht wahr? Es ist eine Wunderschön, dass der Tempel der Wolf so verabschiedet wurde. Wir gehen. Keine Ahnung, dass die vier Wunds nicht mehr verabschieden. Aber die alten Wunds nicht verabschieden. Wir müssen die Tempel aus der Wunds nicht verabschieden. Für die vier Wunds. Was ist das jetzt für ein Tempel? Oh, der Tempel des Wolfers, okay? Okay. Ich habe jetzt nur die beiden, oder so. Gibt es hier noch irgendetwas? Bei so etwas finde ich mir immer... So weit ist es hier gar nicht. Oh, da ist es. Wo alt. Gibt es hier wieder was für die Luftjahrung? Ja, da hinten. Oh, das Wasser. Oh. Oh, no, das ist gut. Der Nass. Jürgen sei. Ja. Oh. Da ist ein kleiner Telefon noch hinten. Ich möchte jetzt einfach alles ein, was da ist. es hätte das ist ich hätte so ein bisschen schüttelst für den das müssen in der Flamme etwas mit diesem Ort Okay. Ich liebe so kleine Themen. Teleporter. sie ist der Patent hier mit dem Weg mit ich habe mich gerade in die letzte Episode, wo ich einfach runtergesprungen bin ich fand's lustig 3 drücken, nicht F3 oh, hallo Hydro Bernstein geht der geht der phone ich schlere mich so ich bin da verbunden nehmen auf amend stellen in die beteiligen ab und weil ich jetzt den großen Besiegsverboten ist alles weg oder was? Ok Das erinnert mich aber auch irgendwie mehr an Fechten. Soll ich am Stil Sozusagen das Machen wir das nicht mehr an Fechten? Da ist noch was Oh, hallo Ich hätte doch schwimmen Ach komm, so tief sieht das jetzt nicht aus. Weil theoretisch kann man dann laufen Oh, gehst du Was ist das? Störm Terror war eine der vier Winde? Ich bin genauer der Details nicht. Wenn du interessiert bist, du kannst du den Akten Grandmaster fragen. Ist hier etwas? Schade. Aber hier ist auch nichts mehr. Ja. Haben irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, aber... Mir fehlt mir das jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Aber vielleicht kommt die noch irgendwo an. Storys von deinen Heroic Däden, um zu retten Monstat von Destruction zu sein, werden über die Stadt der Freiheit sein, bis zum nächsten Mal. Bitte visit mich in unserer Hälfte, wenn du Zeit hast. Ich weiß auch eine schöne Tavern, wenn das eher dein Ding ist. Sehr gut, nicht wahr? Wir haben eine andere Tempel von Stormtarrer's Grasp. Ich kann sich die resten hier an. Du gehst an andere Dinge an, als ich es. Tschüss! 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 Es gibt keine Ahnung, die Hily Turls organisieren einen Ambush wie sie selbst. Nicht mit ihrer künstlichen Mentalität. Sollst du hinter dem... Das warst du hinter dir. Die Nachts of Avonius sind immer so ineffizient. Der Typ gefällt mir. Also jetzt ist der rote. Irgendwann du noch dazu gekommen bist. Taucht auf und greift einfach an. So, was hab ich jetzt hier nur? Achso. Alter. Ich will immer 3 drücken. Ach, das können wir nicht abhauen. Okay. Oh. 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 Und ein Feuerregen. Hallö. Oh. Ah, schön betäubt. Träger nochmal? Ja. Ey. Okay. Ember sollte ich erstmal nicht mehr nutzen. Sehen wir mal passiert was rotes. Eh. Ah. Oder sind die... ...wann sich die Besiegungen an die... Oh. Hello. Oh. Oh. So. Oh. 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 und nicht 3. Wo sind jetzt die anderen? Warte, warte! Oh! Inzwischen legst du wieder auf der Falte. So, ein paar bisschen mehr. So, das ist interessant. So, das ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Okay, sehr gut. Ich beende dann mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.